Georg Grodek, Die Natur heilt, Die Entdeckung der Psychosomatik, gelesen von Matthias Ernst Holzmann. Das Buch erschien zuerst 1913 unter dem Titel Nasa Meku, Natura Sanat, Medicus Curat, der gesunde und kranke Mensch, gemeinverständlich dargestellt. Ernst Schweninger, dem Arzt und Menschen gewidmet. Alle Menschen müssen Ärzte, alle Ärzte müssen Menschen sein. Vorwort von Matthias Ernst Holzmann Liebe Hörer, stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrem Leben zu gewissen Erkenntnissen gelangt, sagen wir über die Schulmedizin. Diese Erkenntnisse haben sich durch immer neue Erfahrungen, und eigenes kritisches Denken, mehr und mehr gefestigt. Trotzdem stellen Sie immer wieder fest, dass kaum jemand der Betroffenen, der Schulmediziner, mit denen Sie es zu tun haben, Sie verstehen kann oder will. Dann entscheiden Sie Ihre persönlichen Kompetenzen, in meinem Fall das Sprechen und Produzieren von Hörbüchern, dazu einzusetzen, andere Sichtweisen auf die Materie zu beleuchten, die außerhalb der gängigen Lehrmeinung liegen und stoßen dabei auf Aussagen, die genau Ihren persönlichen Erkenntnissen, Erfahrungen und Einschätzungen entsprechen. Und das aus einer Zeit von vor über 100 Jahren. Das Einlesen des Buches von Georg Grodek, »Die Natur heilt«, war für mich eine persönliche Offenbarung und lässt mich gleichzeitig staunen, dass die meisten Schulmediziner auch über 100 Jahre später den Menschen immer noch lediglich als einen Bio-Roboter und die Summe seiner Teile betrachten. Ich frage mich, Sie und eben diese Schulmediziner, »Wie kann man ernsthaft etwas als Wissenschaft bezeichnen, das vorsätzlich oder grob fahrlässig einen großen Teil der offensichtlichen Fakten ignoriert oder unter den Teppich kehrt, nur weil sie mit den gängigen Messmethoden nicht messbar scheinen. Etwas, das so tut, als gäbe es keine Konditionierung des Immunsystems, kein nennenswertes Zusammenspiel von allen mentalen und allen körperlichen Prozessen. Etwas, das glaubt, dass man diese extrem komplizierten und einander gegenseitig beeinflussenden Vorgänge durch Forschung im Reagenzglas nachbilden könne. Nach meiner persönlichen und zugegeben unmaßgeblichen Meinung ist der Begriff Wissenschaft hier nicht angebracht. Ich lade Sie ein, mit mir zurückzureisen ins Jahr 1913 zu Georg Grodek. Hören Sie sich seine Sichtweise auf gesundheitliche Zusammenhänge an und lassen Sie sich von der zum Teil erschreckenden Aktualität seiner Kritikpunkte persönlich überzeugen. Matthias Ernst Holzmann im März 2020 zur Zeit der weltweiten Corona-Krise. Einleitung Niemand soll glauben, und niemand darf es glauben, dass der Arzt den oder jenen geheilt hat. Es steht nicht in seiner Macht. Die Natur heilt. Der Arzt behandelt. Georg Grodek Dieses Buch handelt vom gesunden und kranken Menschen. Es gibt meine persönlichen Meinungen wieder. Es erhebt nicht den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Dreierlei bitte ich beim Lesen festzuhalten. Zunächst das eine, dass der Mensch niemals fertig ist, sondern immer wird. Er verändert sich von Sekunde zu Sekunde und ist heute ein anderer, als er gestern war. Und wird morgen ein anderer sein, als er heute ist. Fortwährend verwandelt er durch seine Nahrungsaufnahme, seine Atmung, seine Sinneseindrücke, seine Gedanken, durch sein Leben ein Stück Umwelt in ein Stück Mensch. Und ebenso ununterbrochen wird durch seine Ausscheidungen, seine Äußerungen, seine Taten, durch sein Leben Mensch in Umwelt verwandelt. Wer sich selbst oder andere behandeln will, muss sich immer diesen unlösbaren Zusammenhang zwischen Mensch und Umgebung gegenwärtig halten. Dieses Ineinanderfließen von Mensch und Welt. Bei der Reparatur einer Maschine kann man heute die Arbeit dort aufnehmen, wo man sie gestern unterbrach. Die Behandlung des Kranken aber muss oft genug Tag für Tag neu und unter neuen Bedingungen begonnen werden, da das Leben in den 24 Stunden nicht stillsteht. Individualisierende Behandlung ist ein Schlagwort unter den Ärzten und dem Publikum geworden. Der Ausdruck ist so unglücklich wie möglich gewählt. Denn wer etwas von seinem Beruf versteht, behandelt nicht einen individuellen, in sich abgeschlossenen Menschen, sondern stets einen Kreis von Lebensbedingungen, die fortwährend gestaltend und umformend auf den Kreismittelpunkt, den Menschen, einwirken. Jeder, der, sei es als Arzt oder sonst wie, mit Kranken zu tun hat, weiß, dass die Gewohnheiten, die Umgebung, vor allem die Angehörigen, diese schrecklichste aller Zugaben in den Behandlungsplan, ja schon in die Diagnose hineinbezogen werden müssen. Die Erfolge der Krankenhäuser, der Bäder und so weiter, beruhen zum großen Teil darauf, dass alle diese Faktoren des Lebens mehr oder weniger stark und plötzlich geändert werden. Der Arzt behandelt einen Abschnitt des Lebens, durchaus nicht eine Persönlichkeit, aber er behandelt ihn persönlich, Das heißt, er selbst, der Arzt, muss Persönlichkeit haben, muss im höchsten Grade, aber auch auf breiter Grundlage und von tausendfach wechselndem Standpunkte aus, subjektiv sein. Der Arzt hat es nicht mit dem einzelnen Menschen zu tun, er steht jedes Mal einem Mikrokosmos, einer kleinen Welt gegenüber, die weder nach Außengrenzen hat, noch in sich einheitlich ist. Denn das ist das Zweite, was zu Wissen not tut. Der Mensch ist auch innerhalb seiner Haut keine Einheit. Er ist zusammengesetzt aus zahllosen, lebendigen Körperchen, die allerdings zu einem engen Bunde zusammengeschlossen sind und in fortwährender, reger Wechselbeziehung zueinander stehen, die aber doch, jedes für sich, ihr eigenes Leben haben, ihre eigene Existenzfähigkeit, die sich mehr oder weniger Selbstständigkeit bewahren und jedenfalls unter geeigneten Bedingungen auch getrennt vom menschlichen Körper fortbestehen, wachsen und sich fortpflanzen. Es herrscht in weiten Kreisen eine erstaunliche Unkenntnis über anatomische Verhältnisse. Das Wissen der Frauen pflegt mit den Küchenerfahrungen über Fleisch, Knochen, Fett und einige innere Organe zu Enden. Männer wissen nichts, mit Ausnahme der Paar, denen Beruf oder Zufall Kenntnis aufzwingt. Meist wissen sie nicht einmal, wie ein Kind zur Welt kommt und die Erzeugung kennen sie auch nur aus Erfahrung. Das eine aber sollte sich jeder merken, dass der menschliche Körper in allen seinen Teilen aus kleinen Lebewesen besteht, aus Zellen, die eine neben der anderen in mehr oder minder enger Gemeinschaft liegen und aus denen sich die Gewebe, die Organe, der ganze Körper aufbauen. Die Zellen sind mannigfach gestaltete, mikroskopisch kleine Körperchen, denen allen gemeinsam ein paar Dinge sind. Ein Zellenleib, das Protoplasma und ein Zellenkern. Als Grundform kann man sich etwa die Kugel vorstellen, doch gibt es zahllose Umgestaltungen dieser einfachen Erscheinung. Quadrate, Platten, längliche Formen, Spindeln, Sterne und so weiter. Auch der Aufbau ist mannigfaltig genug. Viele Zellen sind mit feinen Häutchen versehen, andere wieder mit beweglichen Härchen, wieder andere stehen durch Fäden in Verbindung mit ihren Nachbarn oder Strecken in die Umgebung Ausläufer wie Spinnenfüße. Das alles werden wir nach und nach kennenlernen. Hier handelt es sich nur darum, dem Leser ein für allemal klarzumachen, dass, was er auch am menschlichen Körper anschauen oder berühren mag, er es immer mit einer großen Masse von Lebewesen, nicht etwa mit einem einheitlichen Organ zu tun hat. Diese Erkenntnis kann gar nicht tief genug eingesogen werden. Von ihr hängt jedes Verständnis des Lebens ab. Bedenke, wenn du den Finger bewegst, werden Tausende von lebendigen Wesen bewegt, aus ihrer Lage in andere Beziehungen, andere Raum- und Druckverhältnisse gebracht. Tausende von Zellen arbeiten an dieser einen, von dir selbst vielleicht gar nicht beabsichtigten, nicht einmal wahrgenommenen Bewegung. Das Auge, mit dem du siehst, ist ein Gebilde lebendiger Zellen. Damit du sehen kannst, arbeiten in dir Tausende von Zellen selbstständig und doch wieder abhängig von anderen. Nichts geschieht mit dir. Du kannst nichts tun, ohne dass eine Menge von Lebewesen für dich arbeiten, dir Leid und Freude und alle Eindrücke vermitteln, deine Gedanken denken, deine Empfindungen fühlen, den Schlag deines Herzens regeln, dich atmen, dich leben machen. Der Mund, den du liebst, ist lebendig von Zellen gebildet. Die Hand, die du suchst oder fließt, ist in sich lebendig von Zellen gebildet. Alles, was du bist und lebst, löst sich auf in ein tausendfaches Sein und ein tausendfaches Leben. Du empfandest es selbst, das Berühren eines Menschen durchflutete dir Seele und Körper. Jene Nähe, jenes Anschauen brachte dein ganzes Wesen in Aufregung. Der Klang eines Wortes stieß dich ab oder brachte dir Ruhe. Aber nicht dich traf dieses Berühren, dieser Blick, dieser Klang, sondern ein paar einzelne Zellen, die du mit deinem Verstander nicht beherrschst, die mit dir machen, was sie wollen, die tausend Eindrücke an dir vorbeigehen lassen und nur diesen einen auswählen, um dich zu erschüttern. Es ist nicht anders. Jedes Stückchen Mensch, jede Zelle hat ihr eigenes Leben. Jedes Stückchen aber steht auch mit der Gesamtheit des Menschen in so enger Berührung, dass von ihm aus diese Lebensgesamtheit erhöht oder geschwächt werden kann. Den Zusammenhang der Billionen von Einzelwesen zu betonen, braucht es nicht. Wir sehen ihn fortwährend vor uns in dem, was wir Mensch nennen. Aber dass jede dieser Zellen ein eigenes Leben hat, das, so schwer es ist, muss begriffen werden. Denn nur wer die beiden Pole, Abhängigkeit und Selbstständigkeit, vor Augen behält, kann wenigstens ahnen, was es mit dem Menschen und unserem Wissen von ihm auf sich hat. Lange Reihen entsagungsvoller Arbeit haben es jetzt ermöglicht, das selbstständige Leben der Zellen, getrennt von dem Zusammenhang mit dem Menschen, im Experiment deutlich zu machen. Man kann dieses Leben bei geeigneten Maßnahmen unter dem Mikroskop beobachten. Man kann sehen, wie ein herausgeschnittenes Stück Mensch ein paar Zellen nun genau so sich nährt, wächst, sich fortpflanzt, wie man es von dem befruchteten Ei her kennt. Dieses Experiment führt ihr auch nur vor Augen, was ohnehin sich gedanklich feststellen ließ. Jede Zelle hat ihr eigenes Leben. Sie sucht sich aus der Masse des Nahrungsmaterials das aus, was ihr passt. Das heißt, sie isst und trinkt selbstständig. Sie sondert selbstständig ab, was für ihr Leben unnütz oder gefährlich ist. Sie führt ihren Kampf mit der Umwelt, gegen mechanische Gewalten oder Gifte selbstständig, bildet Gegengifte, passt sich psychischen Einwirkungen an, sie bildet und formt die Gerüste der Organe, die festen Substanzen der Knochen und Knorpel, sie füllt die Substanzverluste aus und fügt zerrissene Zusammenhänge wieder aneinander. Das alles tut sie genauso selbstständig oder unselbstständig wie der Mensch als Ganzes selbstständig oder unselbstständig ist. Denn bei dieser Frage der Selbstständigkeit muss man sich immer gegenwärtig halten, dass von einer wahren Selbstständigkeit in keinem Geschehnis des Lebens die Rede sein kann. Jeder Teil ist vom Ganzen abhängig und das Ganze von seinen Teilen. Nur durch einen Gewaltakt des menschlichen Denkens, nur durch einen subjektiven, ganz persönlichen Willensakt gelingt es, irgendeinen Vorgang aus der unendlichen Kette des Zusammenhangs herauszureißen. Es bleibt immer dem Belieben jedes Einzelnen überlassen, was er selbstständig und was er abhängig nennen will. Das Dritte, was man unbedingt im Gedächtnis behalten muss, wenn man sich mit dem Menschen, dem Gesunden oder Kranken beschäftigen will, ist die Tatsache, dass die beiden Geschlechter, Mann und Weib, nicht so scharf voneinander getrennt sind, wie es der Augenschein vortäuscht, dass vielmehr jede einzelne Persönlichkeit in sich männliche und weibliche Bestandteile unvermischt trägt. Beim Manne überwiegen nur die männlichen Bestandteile, beim Weibe die weiblichen. Es existiert aber auf Gottes Erdboden nicht ein Mann, der nur Mann und nicht ein Weib, das nur Weib wäre. Man vergegenwärtige sich den Vorgang der Befruchtung. Der Beischlaf hat stattgefunden. Mit der männlichen Samenflüssigkeit sind zahllose Samentierchen in die weiblichen Geschlechtsorgane eingedrungen und eins von ihnen findet in der Gebärmutterhöhle des Weibes ein Ei liegen, das sanft in die Schleimhaut gebettet, der Befruchtung hart. Im Wesentlichen hat dieses Ei dieselbe Form wie jede andere Zelle. Das heißt, es besteht aus einem Zellkern und einem Zellleib. Der Kopf des Samentierchens, der Kern der männlichen Zelle, dringt in das Ei ein und nun beginnt ein seltsamer Figurentanz im Innern des befruchteten Eis, den allenfalls zu verstehen jahrzehntelange Arbeit der Forscher gebraucht hat. Es teilt sich der weibliche Eikern und der männliche Samenkern, je eine männliche Hälfte lagert sich neben eine weibliche, jedoch ohne ineinander überzufließen, sich zu vermischen. Weibliches und Männliches bleibt immer getrennt, das ganze Menschenleben hindurch. Denn nun entwickelt sich aus dieser Zelle mit den zwei Mannweibkernen der sogenannte Mensch. Der Zellleib spaltet sich zwischen den beiden Kernen, die sich wieder teilen und sofort und fort. Jedoch steht so, dass in jeder Zelle weibliche und männliche Kernteile unvermischt liegen. Hat man die drei Bedingungen des Verstehens sich unvergesslich eingeprägt, dass der Mensch nie fertig ist, sondern immer wird und immer von außen bedingt ist, dass er nicht eine Einheit, sondern eine Genossenschaft darstellt, dass er in sich männliche und weibliche Bestandteile trägt, dann kann man ohne allzu große Gefahr eines Irrwegs der Erforschung menschlicher Zustände weiter nachgehen.